Musik 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 Kein Angst Musik Schankst Musik Musik Schon mal ein Lichter wurde der Wald. Wo ist es noch? Ja. Roter. Wo willst du es auch nicht? Ja. Das ist doch nicht der Unbeliebt, ne? Kann dem Ausrutscher, guck da! Unter Dinosauriergröße nimmt nix mit Das ist auch ein guter Weg da unten Die tausend Bausteppelschlucht ist besser Achso Die Teile des Baustes Ich schuze, wir müssen die Leute selbst Laufst du hin? Laufst du hin? Steht durch die Straße, grüner Stein-Strufe. Laufst du hin? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber da war so viel Schnee. Da hast du auch nichts gesehen vom Weg. Bis zum nächsten Mal. Was? Ich glaube im Winter ist er da echt doof. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. So ein Eispickel mitnehmen, dass du ein Ei rammen kannst. Oha! Jetzt machen wir den Sparen. Ja. Irgendwie müssen wir halt da durch. Ja. Wie besser. Da ist der gut. Oder gleich da hoch. Ne, da hoch. Da muss ich gut festheben. Das ist ja gemein hier. Genau. Dann wollen wir wieder hochkommen. Ja. Da ist irgendwie vorbei. Ganz schön unwächsam hier. Ja. 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 Ich komme da unten weiter. Oder da. Das hebt nicht. Ja. 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 Es ist ja gar nicht mal da g'schwind. Ich guck mal kurz. Nene, das geht nicht. Ja, er kann schon kommen. Passieren kann doch nichts, außer dass da in dem Busch landet. Wenn wir den Fuß schön reinsetzen, dass er hebt und dann geht es gut. Unterworfene Bäume kommen jetzt nicht? Nein, das ist nix. Und da unten ist ja der Weg. Ich hoffe mal, dass es ist. Erfältig schon. Es sah flach aus. Jetzt kommt der Batschi hin zum Läggen. Jetzt kommt der Batschi hin zum Läggen. Da ist der Weg, guck. Guck, da geht er lang. Siehst du das? Ja klar. Du kannst nix machen, wenn die Ball umgestürzt sind. Oder? Ja. Das ist vor Riggern, dass du nicht wirst. Wir haben nicht Spaß, was wir haben. Ja. Ja, ja. Wir. Na ja, wer weiß, was da noch kommt. Ja, aber das sieht nach Wege aus. Ist doch geil, oder? Das ist doch langweilig. Das sind doch noch aufblasbare Motorsäge mitnehmen. Da geht es ja schön, ganz gut. Na ja. Da wird schon eine Weile rutschen. Das ist bloß eine Autobahn. Das wird aber immer enger irgendwie. Vielleicht kommt man da hinten runter. Vielleicht kommt man da vorne auch runter. Da wird es flacher. Wir müssen einfach herunterkommen. Ich glaube eher so ein Wildwechsel hier. Die kommen wir nicht weiter. Die kommen wir schon weiter. Aber da sind wir viel zu hoch. Da müssen wir bloß herunterkommen. Das ist gar nicht weit. Vielleicht kommen wir da vorne auch runter. Vielleicht kommen wir auch da runter. So schräg. Weißt du? Ja. Wenn man so seitlich geht, dann geht es. Ja. 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 Oh, da muss man mit Moos bewachsen, so schön. Oh, da muss man mit Moos bewachsen. So geht's off. So. Ja, das ist doch ja. Das war's. Und läuft das Frischteich. Ne, da läuft das Bläser und läuft das Frischteich. Ach, guck mal, da oben müssen wir lang. Da wären wir richtig. Das ist ein Sumpfgebiet und du verschwindest. Ich bin gerade verschrocken. Ach, ein Frischteich. So ein bisschen zu weit. Guck mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.